Hey! Schönen guten Tag! Danke jetzt. Wie geht's dir? Was für Rock zum Beispiel gilt, ist nämlich Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Darf alles im Deutsch überhaupt gar nicht vorkommen. Genau, das habe ich auch mal gesagt. Ich habe gesagt, mir wurde auch eigentlich so Sex und Drugs und Rock'n'Roll versprochen, irgendwie, indem ich unterwegs war. Und ich habe Selbstbefriedigung, alkoholfreies Bier und Deutschpop bekommen. So läuft's.